Der Wirtschaftsprüfer Deloitte meldete alarmierende Zahlen. Millennials aus den USA besitzen ein Nettovermögen von weniger als 8.000 US-Dollar. Umgerechnet sind das 7.176 Euro. Als Millennial bin ich laut dieser Statistik nur 8.000 Dollar wert. Klammern wir einmal aus, dass ich gar kein US-Amerikaner bin. Ein Smart 4-2 in der Basisversion kostet 11.165 Euro. Somit ist ein Smart 55% wertvoller als der durchschnittliche Millennial. Ich spinne die Zahlen ein bisschen weiter. Drei Millennials sind so viel wert wie zwei Smarts. Hm, okay. Und was genau sagen diese ominösen 8.000 Dollar überhaupt aus? Gelten diese Zahlen auch für Deutschland? Wie hoch ist dein persönlicher Wert? Und die wichtigste aller Fragen, wie kannst du deinen persönlichen Wert steigern? Die Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Video. Es hat einen guten Grund, warum ich von Dollar spreche. Seit einigen Wochen stehen die 8.000 Dollar im Medienfokus. Bei uns in Deutschland wird kaum darüber gesprochen. Doch ich habe gesucht und bin auf deutsche Vermögenzahlen gestoßen. Aber fangen wir mit den stark diskutierten US-Daten an. Der Business Insider merkt spöttisch an, trifft den durchschnittlichen amerikanischen Millennial, der ein Nettovermögen von 8.000 Dollar hat, Lebensmeilensteine wegen den Schulden bei Studienkrediten verzögert und sich immer noch auf das Geld seiner Eltern verlässt. Wow, das sind harte Worte. Leider steckt nie in eine traurige Wahrheit. Aber zuerst einmal. Was verbirgt sich hinter dem Nettovermögen von 8.000 Dollar? Wenn du dir andere Statistiken anschaust, kommen auf deutlich höhere Werte. Das liegt daran, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. Vier Personen verdienen einen einzigen Euro pro Stunde. Eine Person bekommt 100 Euro. Dann liegt der Durchschnitt bei 20,80 Euro. Obwohl vier von fünf Personen nur einen einzigen Euro bekommen. Der Durchschnittswert hat nichts mit der Realität zu tun. Der Median ist die Lösung. Hier siehst du das Vermögen pro Person in unterschiedlichen Ländern. Links ist der Durchschnittswert. In den USA sind es 388.585 Dollar. In Deutschland immerhin 203.946 Dollar. Das ist aber der trügerische Durchschnittswert. Rechts siehst du den Median. Beim Medianwert stellst du dich quasi in die Mitte. Wir hatten ja oben fünf Personen, wo vier nur einen einzigen Euro verdienen. Da liegt der Median dann nur noch bei einem Euro. Das ist deutlich sinnvoller, als den Durchschnittswert von 20,80 Euro zu nehmen. Aber zurück zum Schaubild. Du siehst, wie der Median den Durchschnitt zusammenschmelzen lässt. In den USA schrumpft das Vermögen auf nur noch 55.876 Dollar. In Deutschland sinkt der Wert auf 47.000 und 91 Dollar. Ich habe dir den Unterschied zwischen Median und Durchschnitt erklärt, weil das extrem wichtig ist. Ich wollte dich nicht mit einem Rückblick auf Matheklasse 12 quälen. Hm, vielleicht doch. Nein, Spaß beiseite. Die 8.000 Dollar sind ein Medianwert und besitzen daher eine sehr hohe Aussagekraft. Aber wie genau setzen sich diese 8.000 Dollar zusammen? Dazu zählen alle Ersparnisse und Investments, abzüglich der Schulden. Also der komplette Nettowert einer Person. Und da kommen in den USA weniger als 8.000 Dollar pro Millennial raus. Ganz kurz am Rande. Deloitte definiert Millennials als Personen, die zwischen Januar 1983 und Dezember 1994 geboren wurden. Das sind also die heute 24- bis 36-Jährigen. Dies ist doch meine größte Zuschauergruppe. Du siehst hier meinen privaten YouTube-Analytics-Bereich. 37,9% meiner Zuschauer sind zwischen 25 und 34. Allerdings definiert Deloitte auch einen Teil der Personen im Alter von 24, 35 und 36 als Millennials. Also dürften rund 50% meiner Zuschauer waschechte Millennials sein. Die 8.000 Dollar an sich sind weniger dramatisch. In jüngeren Jahren ist das Gehalt niedriger. Viele Millennials befinden sich noch in ihrer Ausbildung. Sie häufen Schulden an, anstatt Wohlstand zu generieren. So lässt sich diese Zahl erklären. Jetzt kommt aber der Punkt, der mich persönlich sehr nachdenklich macht. 1996 lag dieser Nettowert mehr als ein Drittel höher. Das ist der zentrale Punkt dieses Videos. Ein Drittel ist nämlich eine ganze Menge. Zu diesem Zeitpunkt war die Generation der Babyboomer im Alter der heutigen Millennials. Jeder Babyboomer hat einen Wert von rund 12.000 Dollar. US-Milleniens hingegen besitzen ein Nettovermögen von 8.000 Dollar. Ich könnte es höflich ausdrücken, aber damit ist niemandem geholfen. Also sage ich es dir direkt. Für Millennials sieht es finanziell sehr düster aus. Die Übeltäte sind schnell gefunden. 17% des Einkommens fließt in Bildung, Gesundheit und Miete. Vor einem Jahrzehnt waren es nur 12%. Ich habe 2009 mit meinem Studium begonnen. Deshalb kann ich diese Punkte für Deutschland mehr als bestätigen. Damals habe ich an der Uni Tübingen angefangen zu studieren. Ich ging so zur Wohnheimverwaltung und habe über 10 freie Wohnungen angeboten bekommen. Ja wirklich, über 10 freie Wohnungen. Ein echter Studententraum. Die Verwalterin sagte mir so, Ja, schauen Sie sich die WGs an. Lassen Sie sich ruhig ein paar Tage Zeit. Schauen Sie sich ganz entspannt an. Nur kein Stress. Ja, so einfach war es damals wirklich. Du bist zur Wohnheimverwaltung gegangen und hast ganz entspannt eine Wohnung bekommen. Heute muss man sich durch Wartelisten quälen, um überhaupt irgendwas zu bekommen. In Studentenstädten sind die Mietpreise extrem gestiegen. Und nicht nur da. Millennials haben generell nur teuren Mieten zu leiden. Bei den exorbitanten Immobilienpreisen überlegt man sich 10 mal, ob man eine Wohnung kauft. Einen Unterschied zwischen Deutschland und den USA gibt es dann doch. In den USA wird das Nettovermögen enorm durch Studienkredite belastet. Die Grafik zeigt, wie günstig Deutschland zum Studieren ist. Ein echtes Schlagaffenland. Das liegt vor allem an den fehlenden Studiengebühren. Es gibt zwar auch private Hochschulen, aber insgesamt ist das deutsche Studienangebot spottbillig. Davon können US-Amerikaner nur träumen. Auf der anderen Seite vom Atlantik ist Bildung extrem teuer. Die Studiengebühren von Boston oder New York sagen alles aus. US-amerikanische Millennials starten ihre Karriere mit horrenden Schulden. Das sind wir in Deutschland ganz klar im Vorteil. Du kannst dir übrigens einen weiteren Vorteil verschaffen, indem du meinen Kanal abonnierst. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Du erfährst immer sofort die spannendsten Finanztipps. Und ich kann diesen Kanal weiter und kostenlos betreiben. Ach ja, und denk dran, die Glocke zu aktivieren, um keinen Aktientipp zu verpassen. Vielen Dank. US-Millenials haben wegen hohen Studiengebühren einen Nachteil. Deutsche Millennials hingegen besitzen ein Nettovermögen von rund 20.000 Euro. Damit übertreffen sie US-Millenials um stolze 100%. In Deutschland bestehen also bessere Startvoraussetzungen. Wer hätte das gedacht? Nach der Hochschule kann man die Karriere mit weniger Schulden starten. Allerdings gibt es in Deutschland ein gigantisches Problem. Es ist die finanzielle Bildung. Genauso wie bei der Internetgeschwindigkeit hing die Bundesrepublik anderen Industrieländern hinterher. Dieses Schaubild zeigt das Elend deutlich auf. Das globale Vermögen ist ungleichmäßig verteilt. Deutschland spielt in der zweiten Liga hinter Ländern wie USA, China oder Japan. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Eher im Gegenteil. Die Schere klafft immer weiter auseinander. Das private Vermögen von Deutschen wächst im globalen Vergleich schwach. Das Wachstum liegt in Deutschland nur bei 5%. Global sind es 7%. Die USA bringen es sogar auf stolze 8%. Der Misserfolg hat einen Grund. Deutsche Anleger sind finanzielle Angsthasen. Sie legen ihr Geld viel zu konservativ an und lassen sich so höhere Renditen entgehen. Hier siehst du den Kern des Übels. Es ist das Sparbuch. Einst galt das Büchlein als echtes Qualitätsprodukt. Mit diesem Finanzprodukt haben Generationen an Kindern sparen gelernt. Heute ist das Sparbuch ein echter Renditekiller. Viele Banken zahlen Witzzinsen wie 0,01%. Lass dir das auf der Zunge zergehen. 0,01%. Das sind ganz schön viele Nullen. Genauso ist das Sparbuch eine glatte Null-zu-Kapital-Lage. Eigentlich müsste das Sparbuch bei seiner Beliebtheit ganz unten stehen. Aber Pustekuchen. Irgendwo da unten kommen Aktien. Das Sparbuch notiert deutlich höher. Hier siehst du die Aktionärsquote im internationalen Vergleich. Die Grafik ist von 2016. Das ist drei Jahre her. Und weißt du was? Es hat sich kaum etwas verändert. Der Aktionärsanteil ist zwar ein bisschen gestiegen, aber noch immer extrem gering. Wie es besser geht, zeigen USA, Japan und Großbritannien. Fällt dir was an diesen drei Ländern auf? Denk kurz nach. Das waren genau die drei Länder, die beim globalen Vermögen vor Deutschland stehen. Hier nochmal die Statistik zur Erinnerung. Deutschland hat definitiv Aufholbedarf von Aktien. Unsere Politik scheint es jedoch anders zu sehen. Ich werfe einmal den Begriff Transaktionssteuer im Raum. Das ist aber ein anderes Thema. Die viel zu kleine Aktionärsquote führt zu einem Problem. Deutsche Anleger erhalten geringere Renditen. Das zeigt diese Grafik mehr als deutlich auf. Praktisch jedes europäische Land hat Deutschland weit hinter sich gelassen. Selbst in finanziell angeschlagenen Ländern wie Italien und Spanien sind die Anleger schlauer. Eigentlich müsste Deutschland das bessere Bildungssystem haben, wenn wir rein von der Wirtschaftsleistung ausgehen. Offensichtlich ist es aber nicht so. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge bringt es auf den Punkt. Die Deutschen sparen sich arm. Spannen wir hier wieder den Bogen zu den Millennials. Die eben genannten Punkte sind auch in den Köpfen der deutschen Millennials fest eingebrannt. Es wird gegen alles Mögliche protestiert. Aber eine Demo gegen die Finanztransaktionssteuer habe ich bisher noch nicht gesehen. Zumindest nicht von Millennials organisiert. Da passt dieses Ergebnis der Deloitte-Studie hervorragend rein. Millennials sind skeptisch gegenüber den Motiven der Unternehmen. Global sehen nur 55% einen positiven Einfluss von Unternehmen auf die Gesellschaft. 2018 waren es immerhin noch 61% der Befragten. Nur 47% der deutschen Millennials sind positiv gegenüber Unternehmen eingestellt. Bei Umfragergebnissen wie solchen ist klar, woran es hapert. Viele Millennials sehen Unternehmen als böse und schlecht an. Der Geschäftsführung geht es nur um den Profit. Wer in Aktien investiert, ist damit genauso böse. Wie kann aus einer solchen Grundhaltung heraus eine gesunde Aktienkultur gedeihen? Gar nicht. Natürlich spielt auch die Erziehung eine wichtige Rolle. Einige Eltern werden sich wohl während der Dotcom-Blase mit Aktien verbrannt haben. Die Erfahrungen haben sie hautnah mitbekommen. Seitdem hat sich die Aktionärsquote nur ein bisschen erholt. Erst in diesem Jahr wurde der höchste Wert seit 2007 erreicht. 2019 gibt es in Deutschland 10,3 Millionen Menschen, die in Aktien oder Aktienfonds investiert sind. 2001 zur Dotcom-Blase waren es knapp 13 Millionen Aktionäre. Im internationalen Vergleich ist und bleibt Deutschland ein Aktienentwicklungsland. Langfristig kann sich das ändern. Aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht wirklich daran. Zumindest nicht in meiner jetzigen Millennials-Generation. Da sind andere Themen wie moralische Belegenheit viel wichtiger. Und mit Aktien investiert man ja in böse Unternehmen. Es gibt aber auch Hoffnung. Alle paar Tage sehe ich einen neuen Finanzblock. Die Geldblogger tragen erheblich zur finanziellen Aufklärung bei. Das müsste eigentlich in Schulen geschehen. Doch bis da, was geschieht, ist der Klimawandel schneller vorbei. Das Problem liegt in den Köpfen der Millennials. Logisch, die Geldanlage ist reine Kopfsache. Du kannst bereits ab 25 Euro in Aktien oder sonstige Finanzprodukte wie zum Beispiel TFs investieren. Die Summe kriegt man sogar als Student locker zusammen. Davon muss jedoch der innere Wille vorhanden sein. Und genau diesen Willen herauszubilden, ist die Aufgabe der Schulen. In den letzten Jahren hat sich zum Glück was getan. Es wird verstärkt auf Wirtschaftsunterricht gesetzt. Ich habe Politik und Wirtschaft an der Uni Tübingen studiert. Unsere Politik hat das Problem zumindest im Ansatz erkannt. Ich hoffe jedoch, dass die Ausbildung der Lehrer inzwischen besser ist. Damals hatte ich ein Wirtschaftsseminar für Fachdidaktik. Das macht man ganz am Ende des Studiums. Dort unterhält man sich über konkrete Unterrichtstechniken und wie man den Stoff vermittelt. Das ist eines der letzten Seminare vor dem Studienabschluss. Das Seminar wurde von einem Wirtschaftslehrer geleitet. Es ging um das Einkommen als Lehrer. Wie genau darauf kam, weiß ich nicht mehr. Das ist aber auch egal. Denn der schockierende Punkt kommt jetzt. Er sagte, als Lehrer hat man nur sein Gehalt. Selbstständige Einnahmen hat man eher weniger. Vorher haben wir in der Gruppe über mögliche Einnahmen und Steuern gesprochen. Ein Wirtschaftslehrer hätte da sofort auf Aktien eingehen müssen. In der Gruppe hätte jemand denn selbst die Hand heben müssen und sagen müssen, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Aktien sind doch wichtig. Aber nein, niemand ist auf diese Idee gekommen. Künftige Wirtschaftslehrer sehen ein Einkommen aus Aktien also als nicht selbstverständlich an. Hoffen wir mal, alle in meiner Gruppe waren so faul wie ich. Ich wollte nicht der Spielverderber sein, der den Lehrer korrigiert. Insgesamt muss ich sagen, ja, es wird etwas für die finanzielle Bildung getan. Klar klappt der Wandel nicht von heute auf morgen. Ich denke einmal, es wird eine weitere Generation brauchen, bis Aktien wirklich in Deutschland ankommen. Und zwar so richtig. Bisher ist in Deutschland von der finanziellen Bildung wenig angekommen. Das gilt für Millennials und auch für die Generation Z. Unter Generation Z versteht man Personen, die nach 1995 auf die Welt gekommen sind. Deloitte untermauert die mangelhafte finanzielle Bildung in Deutschland. Deutsche Millennials legen großen Wert auf Reisen und Familie. Da sind sie wie andere Millennials. Allerdings gewichten sie Wohlstand und Immobilienerwerb deutlich niedriger wie im globalen Vergleich. Da schließt sich der Kreis. Wohlstand und Immobilien sind eher zweitrangig. Natürlich sind an Aktien für deutsche Millennials unwichtig. In Deutschland gibt es auch kaum Anreize zum Aktien sparen. Die USA machen das deutlich schlauer. Dort gibt es den sogenannten 401k Plan, der zu Investments in Aktien motiviert. Und bei uns? Nun ja, der SPD-Finanzminister Olaf Scholz möchte eine Finanztransaktionssteuer einführen. Mit dir werden Aktionäre zusätzlich zur Kasse gebeten. Das ist garantiert keine Werbung für Aktien als Geldanlage. Anstatt den Sparerpauschbetrag zu erhöhen, versuchen einige Politiker Aktien unattraktiver zu machen. 1999 lag die Freisumme übrigens bei 3068 Euro. Das weiß heute kaum noch jemand. Für Millennials sind Wohlstand und Immobilien eher zweitrangig. Das habe ich ein paar Sätze vorher gesagt. Über Wohlstand habe ich gerade gesprochen. Kommen wir nun zu den Immobilien. Da gibt es in Deutschland einen sehr wichtigen Fakt. Reiche besitzen gewöhnlich Sachwerte. Immobilien sind klassische Sachwerte. Wie glaubst du, leben die reichsten 40% der Deutschen? 80% von ihnen bewohnen ihre eigene Immobilie. Somit sind Immobilien ein zentraler Wohlstandsfaktor. Du siehst in dieser Grafik einen Grauenbalken. Er steht für das Immobilienvermögen. Bei der reichsten Gruppe rechts macht es den größten Anteil aus. Aktien sind übrigens ebenso wichtig. In der reichsten Gruppe besitzt mehr als jeder dritte Aktien. Für Millennials sind Immobilien und Aktien jedoch zweitrangig. Das könnte sich langfristig als Denkfehler erweisen. Bisher haben wir allgemein von den Amerikanern oder den Deutschen gesprochen. Kommen wir nun zu deinem Nettovermögen. Ich zeige dir gleich eine Statistik, wie viel Vermögen du in welchem Alter mitbringen solltest. Liegst du drunter, solltest du dringend etwas unternehmen. Die Altersarmut lässt grüßen. Du kannst deinen persönlichen Nettowert ganz einfach ausrechnen. Zähle den Wert einer Sparnis- und Kapitalanlagen zusammen. Das sind zum Beispiel Aktien, Immobilien oder Fonds. Davon ziehst du deine Schulden wie zum Beispiel Studienkredite ab. Voilà, das Ergebnis dieser Rechnung ist dein persönlicher Nettowert. Schauen wir mal, wo du dich da befindest. Ich orientiere mich wegen der besseren Aktienkultur an den US-Daten. So sieht übrigens die deutsche Vermögenskurve aus. Anfangs ist Deutschland ein Vorteil, im Alter geht es jedoch nur schwach hoch und dann deutlich runter. Das liegt an der mangelhaften finanziellen Bildung. US-Amerikaner profitieren von ihren langfristigen Aktieninvestments. Kommen wir daher zu den US-Daten. Du bist jünger als 35 Jahre? Dann solltest du dir bis zum 35. Geburtstag mehr als 6.000 Euro ansparen, um in der Mitte zu stehen. Denk dran, dass Millennials aus den USA wegen hohen Studiengebühren im Nachteil sind. Deshalb würde ich den deutschen Nettowert bis 35 eher bei 20.000 Euro ansetzen. Bis zum 40. Lebensjahr sollte das Vermögen auf 32.000 Euro anwachsen. Denk dran, das sind Mindestwerte. Ruhe dich nicht auf deinen finanziellen Erfolgen aus, wenn du das Ziel bereits erreicht hast. Versuche immer die nächste Schwelle zu erreichen. Die liegt fürs 50. Lebensjahr bei 76.000 Euro. Langsam nähern wir uns dem sechsstelligen Bereich. Zehn Jahre später, also mit 60, steigt die Summe auf 130.000 Euro an. Zum Ruhestand liegt der Nettowert dann bei 175.000 Euro. Denk immer daran, das sind Mittelwerte. Wenn du fleißig sparst und dein Kapital sinnvoll anlegst, kannst du früher in den Ruhestand gehen. Es gibt sogar Menschen, die dieses Ziel in 5 oder 10 Jahren erreichen möchten. Sie nennen sich Frugalisten. Nimm die gerade genannten Nettowerte, wie sie sind. Aber beruhe dich niemals auf dein Vermögen aus, wenn du ein bisschen drüber liegst. Versuche in erster Linie dein Gehalt zu erhöhen, damit du mehr Geld zum Investieren hast. Was kannst du nun aus diesem Video mitnehmen? Zuerst einmal kannst du dich persönlich einordnen, selbst wenn du gar kein Millennial bist. Ich habe dir die Nettowerte genannt, an denen du dich orientieren kannst. Als Millennial solltest du deine Einstellung zu Geld überdenken. Altersarmut ist kein Märchen. Bereits heute müssen Rentner einen 450-Euro-Job annehmen, um gerade so über die Runden zu kommen. Langfristig wird sich die Lage verschlechtern. Das siehst du an der Altersstruktur. Es kommen mehr Alte auf weniger Junge. Deutschland besitzt kein Fonds wie Norwegen, der mit der Zeit wächst. Die finanzielle Verantwortung liegt deshalb ganz bei dir. Du kannst mit deinem Sparplan ab 25 Euro anfangen. Unten habe ich dir meinen Topbroker verlinkt, wo du sofort durchstarten kannst. Klick unbedingt rein. Hier oben findest du ein Video, wo ich eine einfache Geldanlage vorstelle. Aber denk dran, die ganzen Infos sind keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung, die komplett falsch sein kann. Deutsche Millennials haben erstklassige Voraussetzungen. Im Vergleich zu den USA sind die Studiumkosten deutlich niedriger. Deshalb ist das Nettovermögen anfangs höher. Allerdings dreht sich dieses Verhältnis schnell um, da die Aktienkultur in den USA stärker ausgeprägt ist. Die Hauptaussage dieses Videos lautet also, wir müssen unseren Wirtschaftsunterricht verbessern. Dafür braucht es kompetente Lehrer, die ETFs und Aktien verstehen. Außerdem sollte die Politik durch höhere Freibeträge oder andere Vergünstigungen mithelfen. Du als Zuschauer kannst mit deinem ETF-Sparplan beginnen, falls du noch nirgends investiert bist. Mit diesen Maßnahmen können die Nachfolgegenerationen endlich eine gesunde Einstellung zu Aktien entwickeln. Oder wie Trump sagen würde, make finanzielle Bildung in Deutschland great again. Ich versuche mit meinem YouTube-Kanal zur finanziellen Bildung beizutragen. Du kannst mich dabei unterstützen. Abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Like das Video, wenn es dir gefallen hat. Das ist für dich nur ein kurzer Klick, für mich aber sehr wichtiges Feedback. Bis bald zum nächsten Mal.